SEGA Die ultimative Herausforderung. Treten Sie in einem der neuen Mehrspieler-Modi von Napoleon Total War an und kämpfen Sie gegen menschliche Gegner. Eines der heißersehntesten und meistgefragten Features von Napoleon Total War sind die Mehrspieler-Kampagnen. Jeder der drei Kampagnen-Schauplätze, Italien, Ägypten und Europa, kann mit zwei Spielern rundenbasiert und online gespielt werden. Militärische Allianzen und Handelsabkommen mögen kurzfristig Stärke verleihen. Doch letztendlich kann nur ein Spieler gewinnen. Finden Sie heraus, wer Ihre Freunde und Feinde sind, indem Sie gegen sie kämpfen oder verbünden Sie sich mit ihnen, um jeden Kriegsschauplatz gemeinsam zu erobern. Die Drop-In-Schlachten. Ein neues, bahnbrechendes Feature für die Einzelspieler-Kampagne. Laden Sie Freunde oder Gegner ein, den Feind zu ersetzen, um in den Schlachten Ihrer Einzelspieler-Kampagne die Armeen des Feindes zu befehligen. Oder warum nicht in die Kampagne eines Freundes einfallen, die Rolle des feindlichen Generals übernehmen und versuchen, seine Pläne zu vereiteln. Dieses revolutionäre Feature für die Einzelspieler-Kampagne ist eine einzigartige Herausforderung für neue Spieler, aber auch für solche, die mit der Total War-Reihe bestens vertraut sind. Kommandieren Sie mit bis zu acht Spielern historisch detailgetreue Schlachten berühmter Militärkonflikte dieser Epoche, darunter die epischen Schlachten von Austerlitz, Trafalgar und Waterloo. Können Sie den Verlauf der Geschichte verändern, obwohl alle Vorzeichen dagegen sprechen? Werden Sie zum größten General der Ära Napoleon aufsteigen? D influenza D influenza D ella D influenza Sopoul D suit Dıyorsun